Wir haben gesagt, dass ein Mensch die Kälte macht, wenn ein Mensch die Kälte macht, ist er schief auf Beine. Wie er hat sich die Kälte gehandelt, und er verrichtet nur, macht es geringer auf Nitzern, ist jemand, der es macht, und er hat nicht gemacht, die Kälte hat nur gemacht, dass es ein geringer zu nutzen. Von dem lernt man auch, dass die Kälte nicht nur dort, wo es ist, der Kälte ist. Nur jeder Sache, die es macht, dass es ein geringer zu nutzen, aber wenn es nicht kein Kälte ist, ist nicht ein Kälte, wenn es ein Kälte ist. Der Kälte bringt sich auch gleich und dass es eine Kälte ist, dass es ein Kälte ist, wenn es nicht kälte ist, wenn es ein Kälte ist, wie es ist, wenn wir die Kälte nicht auf die Kälte sind, wenn es nicht mehr Kälte ist. weil er hat uns gemacht, dass es ein Gringer zu nutzen. Kmei-Shiis-Beihr in Shimen-Shin-Yu-Da-Led und Zimen-Shin-Hof-Beis. Wo sie der Dien, was sie bringt sich in Shimen-Yu-Da-Led, Zifalef, bringt sie dort Naschowicz-Helcheres, scha Eino Machzekes-Aboim-Seo, wo sie zu brachen, und zusammen mit Smolim, mit Tarr. Merkt man das zu brachen, was sie nicht ging, was sie bekehle. Und wir müssen die Gerechte, dass sie nur auf jeden Fall nützen. Also unsere Eichet-Plastik-Keylin und Papieren-Keylin, dass sie nicht ging, Kehle, was sie schaue auf dem Mischung-Beyne. Von deswegen, Eiber will machen, ascheine Loch. Pessach-Neue, jemand dieser Metagen-Kli, und reib mich schon, Maki-Bei-Patisch. Ich hoffe, dass sie nicht mehr, Mischung-Keyle. Wie ich sehe immer so, ich schickte zu Simen-Schinkhoff-Beyes. Was steht in Simen-Schinkhoff-Beyes? Als sie fragen noch mal, noch ein Essen bleibt, Essen zwischen den Zehen, aber mir will es ein Rüß nehmen. Nehmt mir das Spendel, und mir nehmt es ein Rüß. Sie sind ein bequem, mit der Räugebrochen, dem Spendel. Es ist ein Recher, also wenn sie in Spendel keine Rüß nehmen, und das ist ein Rüß, Mischung-Mede-Messen. Es ist Aichel bei Eimer, ist nicht ehemisch, sie sindイ rua, aber im Kaisum, schaain na Eichel bei Eimer, nicht nur, dass sie nicht in den Schmuck und in den Schmuck hierher gehen. Sie werden nicht mehr als Schmuck, sondern sie werden größten. Sie werden nicht mehr als Schmuck hierher gehen. Nein, die Menschen, die Menschen nicht mehr als Schmuck, die man mit ihnen verruckschen, die die Menschen, die sie nicht mehr auf die Schmuck, oder die Menschen, die sich nicht mehr als Schmuck und Spathys in den Schmuck, Da sagt er, ob er in Schienbeis sagt er, als Chieff mit Schumakem und Patech, mit Schiesbayer, mit Schienhoff Beis. Kennen Sie dort in Altnereben Schuchonor, die ich in Gistanein Chieff, aber wir haben nicht in Schienhoff Beis, in Altnereben Schuchonor, nur dem Gehessen Schuchonor. Und dort geht er in Taren, die sich hier in Schuchonor. Also, bringt er dort in Schuchonor, bringt er auf dem verschiedene Dugmöis, in verschiedene Simonin. Weil wir sehen, was die Dugmöis bringt von dem, und später, weil wir sehen, was hier das Negehe zu uns le Meisse. Loh mir honnit mit Simen-Shin-Chess, in Sif-Hof-Chess. Sogt er, als Bruchene, Klieg-Heres, macht man Träten auf dem, sie zu brechen, zirr, als Mann, nicht schich, mag zu brechen. Schien, Isser, beiswir, Herscheres. Ählo, im Kein, Schäber, beimeskaven, beiswil, schier Royale, die kach, leitese Tashmisch. Jeden Tashmisch, zolnornit zain, oz, 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 omschumt, ikonke, Klieg. Afeelich mach es, nitpachtinkehle. Schpeter, bringt er in Sif-Nondale, da Zerayta, Dugmö. Zehomolike, Zeit, vielleicht, man darf im Wasser, hat man genomen vom Brunnen. Wittnes, er ist genomen, ist doch gewesen, tief, hat man genomen, a Strick, und zugebunden zu dem Kehle, und a Rogelöss, nun aufgeben. Aber oftmals, hat er nicht gehabt, die Strick ist, vor allem hat Zweig. In der Zweig, hat von sich etliche Sachen, was stecken, er ist. Legt er auf dem Kehle, auf eine Fase, legt er auf dem Zweig, und nimmt er auf. Ob der Zweig, ein bisschen gewesen, zu Greiss, hat er gewohlt, ob Rechm, so sein Gringer. Hote roge brachm. Zogtter, zmeiro, schiyesz beresho, akmumisken, masleg, schroo, litte lisbodli, velimalisbo, Jedes haben Sie es auch nicht so gut an der Rezept waren, aber ich kann hier nicht zurückzuführen, wir brauchen ihn zu saben. Also werden wir auf den Sonnen tard haben, dass sie einen solchen Bauch 친구�innen und ihn uns anschauen. Aber sie können dort einfach nicht so hören. Jemand, der sich einen Manche mit Patrick Healthcare bebe. Die sind auch hier. Ist es, was manche mit Patrick? Du kannst das nach Schausch? Eber zu brechen, es gibt eine Tonne mit dem, wo es noch nicht war ein Ton. Es ist das, dass es ein Ton ist, dass es ein Ton ist, aber es gibt keine Ton. Aber wie bald, wenn es ein Ton ist, es gibt eine Tonne mit dem, ist es auch nicht ein Ton ist. Peter sagt das weiter, es hilft nun, hey. Das ist das, dass es ein Ton ist, wenn es ein Ton ist, ist es ein Ton. Steht ein Glas mit Tee, mit etwas, ich will es verdecken. Liegt etwas, ein Stück Keres oder ein Stück Papier, Reisig, also ob ich will es legen von oben. Mach es nicht in Kehle, aber wie bald, wenn es ein Mann ist, kann es auch wegzulegen auf dem. Heu ist ein Stückchen klein. Die selbe Sache sagt, ich will unterlegen unter dem Glas. Mach es nicht in Kehle. das ist ein Stückchen, wenn du damit herst shutr nummer. Was machen in Kehle? Zu brechen nachher. Das ist ein Stückchen. Das ist es ein Stückchen. Das ist ein Stückchen. Das ist ein Stückchen, das ist ein Stückchen. Es ist eine Art von den Hohenriken. Ich weiß nicht, was die Zuhörer ist. Sie beint haben es eine Art von Bialten. Wie ist es bei Ressim machine man? Wo ist der Ressim machine man? Der Ressim ist ein Chattichas-Tolus Mütter ist der Tatkila Mikau Moken Im Al-Yedai-Ze Metakne Lich-Tames Bei Eise Tash-Misch Chayev Mischum-Tikn-Kli Chayev Mischneros-U Ichot-Trus-Nashtik-An-A-Papier Aufunterlegin-Gepes Bine Chayev Laufichoch In Shemrin-Nasht-A-Keres In Shemrin-Nasht-A-N-Yar Hamator-Mitul-Tel-Synisch-Kimuk-Tze Kdi Lich-Tames-Be-Eise Tash-Misch Mischu-Kum-Tak-N-Kli Behemes-Utas-A-Mischne Obedemisch-Nerad-Veg-Nion-Tef Woa Zorg-Bedemischne Amo-Misch-Broten Broilen A-Stickle-Fleisch A-Stickle-Fisch I-S-Mis-A-L-E-K-N-Di-Fleisch A-Stickle-Fisch 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 umgefüllt mit einem gewissen Meichel, und der sich nicht zum Aris fallen, hat ihn zugebunden, zugenäht von jeder Seite, und er hat ihn später reingelegt, in den Scholl ziehen, 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 mit den Brotten, also in Zwieseln noch nicht ein. Ein Hälsele ist ein Hälsele, voraus ist es Kischke, weil er mit der Kischke ist. Die selbe Sache? Die selbe Sache. Aber ich darf nicht zunähen. Ich mache meine Hälte in Jontef. Ich nehme dich nicht in Begge, ich nehme die Messen. Ich nehme die Messen. Ich nehme die Messen, ich nehme die Messen. Ich nehme die Messen, ich nehme die Messen. Das ist nicht. Ich darf nicht zugegeben, dass ich den Pfarr, Jontef den Pfadim, aber vielleicht habe ich zugegeben, die Pfadim. Aber ich darf nicht zugegeben, dass ich ein bisschen zugegeben habe, dass ich die Messen nicht in der Pfadim. Ich darf nicht aufreißen. Ich darf nicht aufreißen, ich darf nicht aufreißen. Das ist nicht so schlimm. Ich darf nicht sagen, dass ich nicht mehr. Ich darf nicht sagen, dass ich nicht mehr. Entschirsiniz kann not aufreißen. Das habe nicht. Aber ich darf nicht aufreißen. Es darf nicht und ich will zu lang automatisch einbeißen. Ab Reißen kann man um Jetzt haben wir die Sementof gekauft. Wir haben das Licht. Aber wir haben das Licht ein bisschen zu lang gemacht. Wir haben eine Messer zu schneiden auf zwei. Teure ich nicht. Für was? Weil ich habe ihn zu schnitten. Ich habe ihn zu schnitten. Ich habe das Licht frei. Ich habe ihn auch geschnitten. Es ist ein... Kürze. Du hast es auch geschnitten. Keine Zinitzen. Das heißt machiwepathisch. Nicht nur wenn sie wird eine Kelle mit dem. Das wäre die Dugma, was mich in Greta Friedrich mal. Wo ist der jetzt machiwepathisch? Machiwepathisch ist auch schon gemacht. Die Kelle. Aber ich will so ein schöner. So ein mehr bequem. Gib mir eine Klappe. Ich mache es nicht mehr bequem. Ich mache es noch bequem. Das macht das machiwepathisch. Nicht nur wenn ich mache die Kelle. Das ist ein gewöhn. Das ist auch bei der Dugma. Ich habe die Kelle. Noch dass ich die Kelle mache. Machiwathisch. Das ist ein schöner. Das ist der machiwepathisch. Ich mache jetzt nicht mehr Kelle. Das ist der Ding für machiwepathisch. Ich mache nicht mehr Kelle. Ich mache es noch bequemmer. Jeder sagt, was ich mache bequemmer, soll sein geringer, nicht Tamsches, in der Schaaf. Ich will nur noch ein Kelle. Ich will nur noch ein Kelle. Richtig. Richtig. Von dem lernt man ab. Das, was wir wissen, als ein Rolf von Toiletpapern kann man nicht zureißen. Ich habe es. Ich mache es für eine Kelle. Ich wische es noch nicht. Aber ich habe abgerissen, um dich zu nutzen. Und wenn man gerade die Halle durch die Mäuse reißt, um dich zu nutzen, wird es eine Kelle. Ich schreibe, machiwepathisch. Selbe Sache sehe ich bei Papertaus. Ich reiße auf, auf mich wischen noch ein Rieswerfen. Aber wenn ich aufgerissen werde, zu nutzen, tun wir nicht. Machiwepathisch. Ein Stückchen klein. Die selbe Sache sehe ich von die Rolls von Tishtacher. Von Plastik. Reiß die Koppel weglegen? Doch nicht. Ich weiß nicht. Wir kommen nach dem Platz, wenn wir aufgehende Teufel sind noch ein Roll. Ich weiß nicht. Wir hatten schon gerade einmal von der Porsche zu erzählen. Nichts für die Faden abreißen. Und nachdem wo die Hände wich du isst, reiß es... Es liegt eine Rolle von Papertaus. Wie schießt die Hände mit dem Faden abreißen? Nachdem du weißt du isst, reißt du oben auf das Riesengarbisch. Das ist nicht gemacht, ich habe praktisch. Das ist nicht ein Stückchen klein. Verworts. Weil ich habe nicht gerissen, das nicht zu nutzen. Wie ist denn das? Nixens später. Nixens später, darf man nochmal zweit reißen. Nicht so fahre, heiss ich es ab. Ich reiß aber, ich will Witzeln, ach schon, ich kann es nicht noch, und weiter in Europa wischen. Ich will nicht so hängen, schmutzige. Bei Meilen habe ich es nicht gemacht. Bei Meilen habe ich es nicht gemacht. Yes, das was ich will. Das ist in Paschtes. Wir alle nehmen an das sehen. Nur letztens, ich weiß es, 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 was er sagt. Und später, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, es stimmt. Wo sagt er? Er sagte, ich kann es nicht ohne mich, mit Geräten, ich kann es nicht, nicht aufgerissen, also nicht bequem, ich bin nicht bequem, aber ich kann. Aber ich habe es nicht gemacht, ich mache es nicht, ich habe es nicht nicht erwähnt. Ich mache es nicht, aber ich kann es nicht. Wir kenne es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht mit ihm mit dem, mit dem Peeperend passthe fellow. Ich kann es nicht an mich machen, es ist nicht überquem. Es ist nicht so, dass ich nicht an den Kasten ermitteln. Ich weiß es, ob es ein bisschen überquemmer ist, aber es ist nicht so, Von einem Tischdach auf den Tisch. Ich kann nichts mehr auf dem Tischdach und sie ziehen sich von dort in die ganze Rolle. Ich darf es nicht abbeißen. Es ist nichts überquem. Das heißt, ich mache nichts mehr. Und der Fahrt ist alt, der ist mega spannend. Das ist nicht wegnehmen. Das ist nicht wegnehmen. Aber wir gucken in die alle Dugmöüs. Man muss sich nicht sehen. Ich werde es sehen. Ich habe einen Veränderung von den Dugmöüs. Wie er schaut auf dem und wie er sieht. Die Dauti hat es nicht genug. Er sagt, dass das nicht ist. Ich kann es nicht kennen. Dass das nicht aufbrechen, den Spendel aufzuregen, die Dauti. Das ist nicht alleine. Und ich kann nicht schnitzen. Wer sagte sie? Vom Hand nehmen sie mich leider als vorher als ich darf. Die ganze Sache ist nicht, ich mache es vor der Kehle. Ich mache es geringeres zu schnitzen. Das Guffe in der Risse. Ich wusste nicht, dass ich alleine schnitzen kann. Lass uns sehen, wie es steht. Richtig. Sagt er, sagt er, sagt er nein. Sagt er nein. Wie er sagt, ist richtig. Ich kann nicht schnitzen. Ich kann nicht schnitzen. Ich kann nicht schnitzen. Ich mache es schöner. Ich kann nicht schnitzen. Ich kann nicht schnitzen. Ich mache es schöner. Wo steht, dass ich es vorher nicht kennen und später kennen darf. Lass uns in der Halle Dugme aus Cis-Jeser sein. Aber das ist in der Halle Dugme aus Cis-Jeser. Und das ist nicht schnitzen. Und das ist nicht schnitzen. Und das ist nicht schnitzen. Ich habe mir die Möglichkeit für einen kleinen Schmisch. Es gibt nur eine Kette, die wir sehen. Ich habe die Möglichkeit, die Schmisch zu sehen. Zwei Punkte, das ist ein Rettungsstück. Das ist eine Schmisch. Ich komme zuerst. Ich habe das Schmisch. Lernst du das? Gut, gut. Das ist eine Lösung. Wir werden nicht weiterkommen. Dann gehen wir weiter. Sie haben ja auch hier, aber damit wir sie nicht verraten. Wir haben sie nicht verraten, sondern wir brauchen sie nicht verraten. Mein Rest ist, dass sie nicht verraten und verraten haben. Ich sage es bei euch. Ich sage euch, dass es nicht verraten ist. Ich weiß nicht, dass alle Dinge, die wir hier sehen können. den schmutzern, so können sie da und sie werden. Sie haben auch diesen Schmutzern, und sie werden nicht schlossen, aber in der Karstendung. Die Schmutzern, die sich in den Schmutzern befindet, haben wir auch eine kleine Schmutzern. Sie sind auch die Schlüssel, die Schmutzern, und die Schmutzern, und die Schmutzern. Hier werden wir ein Schmutzern. Sie werden sich dann in Schmutzern bei dieser Taschmisch, Chai-Misch und Tiken-Kli. Lefichuch, in Scherenz-Acheres, in Kerenz-Aniyar, Kelleke-Deli-Stamisch bei dieser Taschmisch, Nesheuke-Metakung-Kli. Ist die alle Dugmoye-S-Retzach, als erkennt nicht an dem. Steht, Herr Gitz, Mr. Seginer. Einmalabden, muss er offen beinhenten, gegen die Lefis. Nur weil sie macht starker. Um Eider gemacht starker, oder es nicht, sie kann unterliegen. Er gemacht besser. ıyorコ Lefisinc, никто lebt auf dem Baum, so jetzt werden es besser. Die Zenoge im Pastas ich lege unter, da wird nicht ein kleines Stiekel immer bei Kleiner, die Kleine ich weiß nicht und wenn du es am Mokker steht, der Pferd geht zu Kielik steht, der Pferd geht zu Kielik nehmst du und sagst, das ist ein ein gewisses Mascaras steht, der Pferd geht zu Kielik ich hoffe, dass ich später sagte, als er noch nicht zu die Kischke, dem Gorlu keiner nähen auf dem Thomas zu der Gräse will noch abbeißen ich kann nicht nehmen mit der Gräse bei der Gräse lassen wir ein bisschen mehr drehen ich lernte das an dem Röster darf ich sehr lange, ich kann nicht nehmen mit dem dann sagt er er sagt, dass er zu Kielik vernächten dann sagt er gerät nicht zu Kielik zu allein gehen, weil du darfst die Wellen aufbeißen er sagt, dass ich nicht nicht kommt der letzte durch mich ein Licht sagt er, dass er an dem Röster liegt also ich kenne es und dann sind steht, dass er an dem Röster liegt und dann sind es ist zu lange ich will nicht lange schneide ich auf dann kürzer bis sie losher röker vor Röster zu Kielik Bei Melek ist, in den Arbeitsbüren, wo mich alle gehört, Welt nach 5, es ist immer ein Heter, alle wissen, alle nehmen das andere, außer, nehmen es da, wo ist ein Heter, gebührt, aber mir liegt es auch, aber wir können abdehnen, aber wir können sagen, dass dort dreht sich alles zu sehen, und da hat es ihm Chilic, wusste ich, der Chilic, steht jeder, sagt, was er geht, so, ich soll es sein, gringend zu mir stehen müssen. Meine Akkupanin guckt mir natürlich, der Heter, und bei Melek... Der Heter, der Heter, der Heter, ist nicht nur in jedem Fall. Es ist nicht nur in jedem Fall, aber nicht, was der Alte Rebe sagt, was er sagt, was er sagt, was er ist ein Heter. Was ist er, was er sagt, was er sagt, was er sagt, was er sagt, was er nicht zu nutzen. Das ist sein Heter, das ist sein Heter, ob er in Paschus macht, ob er steht nicht alle mal an sich. Und bei Melek ist guckt nicht zu sein, bei Melek ist ungenommen bei allen Menschen, als man es nicht zu reißen, und Zeiten zu reißen, auf dem ich für mich gerät. Ich sage, was er sagt, und ich sage, weil mir liegt sich nicht. Und ich sage, da geht der Dürke von rundherum Wort rei, aber so liegt es mir nicht. Mehr sage ich, was er angenommen will, wenn man kann es nicht tun. Und ich sage, Herr Falle, weil er freie ist, wenn man in Bremen was tun kann. Ich habe gesagt, freie, was man kann tun. Wir können es nicht tun, fahren abreißen, und später abreißen. Jemand hat kein Problem. Weil ich reißen, ist ein Doktor nicht zu nützen.